ja und damit herzlich willkommen zu einem neuen abenteuer hier trade driver 2 wir schauen uns mal wieder eine neue station an und zwar ist es will gobo vom lieben krusser kost oder wer immer mal seinen namen ausspricht ist seit kurzem verfügbar und ich will das mal heute mit euch angucken ist eine dieselstrecke ist 411 verfügbar ist eingleisig gesteuert über spk ihr seht es rechts unten ist relativ überschaubar wir haben zwei bahnübergänge wir haben noch einen haltepunkt wir haben hier diesen hauptbahnhof wir haben hier ein bisschen rangier möglichkeit und seine abstellung die wirklich schön gemacht worden ist wir haben zwei sparen und einmal die lutz und ich würde sagen wir fangen hier mal aus dem stellwerk hier an das häuschen alt bekannt in die aussichten da rechts raus und links wird gesehen haben mit dem stellpult was jetzt hier nicht ganz so passt was soll es dann haben wir hier die bahnübergangsteuerung von einem der beiden bahnübergänge der andere der bahnhof den wir hier gesteuert über das spk und ich würde sagen wir gehen jetzt einfach mal raus das ergänzt ist unser auto nicht aufgeräumt hier okay gehen wir mal raus in die station und dann haben wir hier gleich die aufteilung auf die drei gleise dieses kleister ist auch das bahnkreis für den passenger da haben wir hier den brellbocker unten hier zweimal durch fahrgleise mit der möglichkeit zur überholung und der lutz waren ist dieser hier da steht gerade die lok von mir also wenn da die lutzwand hier drin wir könnten nicht hier hinten auch mit irgendwelchen zeugs hier reinfahren haben das eine kleine lade rampe wirklich nett gemacht inklusive diesen toll ist hier ich muss sagen rein von der ausgestaltung her hat es wirklich schön gemacht toll gestaltet hier alles handweichen die dann das handierpersonal selber umlegen kann bis auf diese weiche die steuern wir in kombination mit der da hinten und wenn ihr die auto exek mit trennen lasst dann habt ihr hier hinten auch ein paar güterwagen wir haben hier personenwagen die man mitnehmen kann da aber die güterwagen stehen haben wir hier die nächste lade rampe 9 liebe kollegen wenn ein bisschen lade zeugs hier und hundi das mal draußen hier haben das einfach nur die bundesstraße alles klar weiter nach hinten das sind sogar die neuen wagen hier die personenwagen da unten einer hier drei alter wasserturm und die zwei gleise gehen hier hinten wieder zusammen auf dem prellbock das soweit man hier zu dem abstellbereich wird hier definitiv mal ein bisschen stellwerken und die leute hier drin wüten lassen ist echt schön hier draußen der perron zum start oder enden je nachdem mit dem haus signal hier alle drei und dann haben wir hier unseren eigentlichen hauptbahnhof will gobo dass die für bus haltestelle hier und der katze obendrauf es hat aber auch noch ein hund hier auf dem bahnsteig er ist hier weiter unten war ganz unten einmal der übergang auf die andere seite und dann haben wir hier unseren schwarzen kollegen die hier ziele fehlen ja so genau schaut ja keiner hin dieser bahnübergang hier das ist der immer über spk hier steuern wo habe ich meine spk und den machen wir jetzt hier einmal kurz auf jetzt hier geht auf jetzt wird wunderbar und jetzt sind hier eigentlich weiter hier ist ein dörfchen da gibt es soweit nix interessant ist hier zu sehen da schon die drohgrenze hier wo nicht eine bundesstraße von da hinten läuft hier kann man das als easter egg gelten lassen cool da ist ein kleiner fahrplatz barikus somsiada was auch immer das heißt hätte ich nicht da hinten gibt es dann auch noch so eine kleine beschriftung auf der anderen seite und zwar damien dbd service tarko wo oder traktoro also irgendwie traktoren service steht auch ein paar da das zudem mit ein paar hühnern die strecke hier und hat nur v max von 90 wenn man es denn schafft mit der sm wir haben auf richtung anschluss op eine gesamtgleislänge von 3040 meter und auf richtung rz 3725 meter aus dem spk gesehen ist op auf der linken seite rz auf der rechten seite wir haben noch verschiedene spawn points wo wir hier rein können das ist einerseits hier dies das ist dieser haltepunkt hier überschaubar ist mitten auf der strecke da geht es richtung bahnhof da unten rein und das ist auch der andere bahnübergang der über das ssp gesteuert ist das hat seinen eigenen sparen ihr da seht es da hinten ist der haltepunkt wenn sie kontrollieren ob hier noch alles gut läuft da ist sogar die windmühle inklusive pferde okay die haben wirklich nicht gespart hier bei der deko dann wege an sich das ist natürlich unser stellwerk dann haben wir hier noch den sparen unten am perron an sich wo die leute hier sparen das soweit zu der station ich würde sagen als nächstes gehen wir hier mit einem kleinen personenzug hier mal rein und fahren die strecke mal ab und schauen wir uns die szenerie entsprechend mal an was diese kann also kleiner cut für euch so ich habe mir da mal einen kleinen spaßzug zusammengestellt sm 42 in der citywagen und mit dem werden wir hier mal die strecke ansehen um zu gucken was es doch so interessantes zu sehen gibt okay einmal nach vorne bremsen werden gelöst und wir gehen uns mal erst jetzt nämlich jetzt keine normale auswärts machen kann weil ich allein bin weil ich spiel mit mir ein natürlich falsch sehr volle pulle raus und hoffentlich kommen wir dann bei der anderen seiten wieder rein ansonsten noch mal eine kleine erlrunde aber ich muss sagen dieser kleine abstellbereich da der ist wirklich gelungen schönes szenerie ab und zu glaube ich werde ich die mal anfeuern auch wenn es ell ist hat schon was und irgendwann wenn wir dann mal eine starke diesen lokalen dann meine diesels szenerie also richtig hoch blühen unser stellwerk ab jetzt volle pulle 90 angesagt aber das einfach signal aber das einfach signal also ich werde wieder an die eine begegnung da war ich hier schon wieder auf durchfahrt vor signal Ja, die Bühne-Straße begleitet uns hier. Ist wirklich schön. Da dürfte er vielleicht so ein, zwei Stunden dran gewesen sein, um das Ganze hier auszudekorieren. Kurz auf die andere Seite. Ja, doch, hat schon was. Ja, sogar eine kleine Industrie hier. Das wäre eigentlich nur ganz cool, wenn die Autos fahren könnten. Ich habe noch so ein kleines Bus für den Flair. Und die andere Lange ist auch zu, perfekt. Ja, sogar mit einer kleinen Brücke. Und jemanden, der mal Fotos macht, so wie es aussieht. Was ist das mit dem Auto da? Ähm. Ähm. Okay. Ich werde das auch mal, siehst du, ey. Auch wenn man das ziemlich gut sieht. Sachen gibt's, ey. So, Spiegel. Und jetzt bitte von der anderen Seite reiten. Da haben wir schon den Magic-Übergang. Und da wären wir wieder. Und da wären wir wieder. Ah, das sieht jetzt so aus, als wären wir bei der anderen Seite. Jetzt checken. Jo. Wir kommen von links rein. Sehr gut. So, die Ankündigung. Hier für den kleinen Haltepunkt. Davon ist er. Nice. So. Fahrtübergang funktioniert auch. So muss das. So, schön im guten Dach zusammen. Das ist noch eine Testfahrt. Keiner fährt heute mit. Ja, doch. Abwechslungsreich. Hier sind so ein bisschen die Felder. Da mit dem Haltepunkt. Auf der anderen Seite ein bisschen grün. Mit der Bundesstraße. Mit der Industrie. Und der Brücke. Und habe bis jetzt jetzt auch nichts gesehen, wo ich sagen würde, das sieht jetzt nicht gut aus. Oder die Standardobjekte, die vielleicht mal wieder rumfliegen, wie in manchen anderen Szenarien. Das sieht wirklich sauber aus. Gut, wenn es da hinten rumfliegen sollte, dann ist es egal, weil man sieht das ja sowieso nicht. Und wir wären da. So schnell kommt der Bahnhof. Na ja, waren wir jetzt doch ein bisschen schneller als gedacht. Südde. Das wäre eigentlich auch soweit schon die Station. Also, rein aus FDL-Sicht gibt es eigentlich nicht wirklich was zu beachten. Ich meine, klar, ihr habt hier die Ausweichstelle. Immer schön fragen. Links und rechts, wenn ihr gerade jemanden rausschicken wollt. Das sollte ja Standard sein. Ansonsten habt ihr hier noch ein bisschen Spaß mit rangieren. Also macht unbedingt den Lutz-Bahn auf, wenn ihr da ein bisschen randalieren wollt, da hinten drin. Ich glaube, das wäre schon ganz cool, wenn da die Leute mit der SM42 reinkommen, sich die Wagen da holen. Oder wenn sie hier enden, die Wagen hier wird abstellen. Eine kleine Sache wäre noch zu erwähnen. Jetzt muss ich nochmal schnell die Seite dafür angucken. Ja, genau. Der Passagierspawn hier hat eine maximale Länge von 150 Meter. Das sind dann 15 Meter. Gleislängen hier hinten. Weiß ich jetzt gerade nicht. Aber wenn das hier 150 sind. Also 150 ab dem Signal. Also man sparrt hier vorne am Signal. Nicht da hinten. Kann man dann hier noch ein bisschen umrandeln. Also gerade da bei den Gütergleisen hat man noch ganz gut Platz. Ja, doch, das könnte schon Spaß haben. Und ja, wenn ihr dann wieder raus wollen, dann gebt ihr euch Bescheid. Dann legt ihr da unten die eine Weiche um. Dann könnt ihr da rausfahren. Rangieren. Bereitstellen hier im Bahnhof. Und weiter geht's in irgendeine andere Szenerie. Ich glaube, das wäre auch mal was für ein Fahrtug hier, das kleine Ding. Okay. Nachdem das recht überschaubar war, habe ich auch noch eine zweite neue Szenerie für euch. Und ich würde sagen, ich gebe einen kleinen Cut. Und dann sehen wir uns in der zweiten Szenerie. Und damit wären wir auch im nächsten Stellenwerk. Das ist Florek, ebenfalls 4L eingestuft und komplett mechanisch. Also so richtig mechanisch. Denn auch die Weichen dürft ihr da mit Hand umlegen. Ist jetzt nicht so mein Favorit, die Stationen, wo man das machen muss. Aber jedem, der das haben möchte. Das gilt auf beiden Seiten. Rein von der Signalisierung haben wir hier Modern, sowie auch alte Semaphore-Signale auf der unteren Seite. Wir haben theoretisch zwei Bahnsteige. Hier in Florek, das wäre einerseits der hier. Der ist aber nicht mehr in Benutzung. Der ist noch physisch da, aber hier hält nichts mehr. Auf der ganzen Strecke gibt es aber noch einen Haltepunkt. Der ist in diese Richtung. Also wir haben jetzt den Posten FL hier. Unten ist der Posten FL1. Und wir haben auch zwei Bahnübergänge. Einer davon ist nicht mehr in Benutzung. Das ist gleich der hier am Bahnhof. Da seht ihr auch, da sind die Dinger hier hinterlegt. Da darf nicht mehr durchgefahren werden. Meiler Gottes. Aber die Dinger würden noch funktionieren. Wenn man da ein bisschen Spaß mit dem Bahnübergang haben möchte. Machen wir wieder zu. Und ich würde sagen, wir schauen uns doch mal hier das erste Stellwerk an. Das ist FL. So. Hier. Das ist nicht für die Weichen an sich, sondern das sind hier die Weichensperren. Also da werden die ganzen Sachen verriegelt. Und dann können wir hier entsprechend die Ein- oder die Ausfahrten machen. Mit hier die Fahrstraßensperren. Gut ist. Dann können wir hier bei den Signalen noch S, Z rausgeben. Von den Signalen ist es so, dass wir hier M, N, O und S haben. M ist hier das allererste Signal. M, N, O und S hier so nach hinten. Leider Gottes haben wir den Plan, den ich euch da unten eingeblendet habe, nicht hier drin. Das wäre noch schön gewesen. Und der Plan selber ist auch nicht hochauflösend verfügbar. Ich habe da schon reingeschrieben, eine höheauflösende Version wäre noch irgendwie schön. Ansonsten müsst ihr euch mit dem da zu Genüge tun, die es da momentan gibt. Aber ansonsten, ansonsten einfach die Signale hier auswendig lernen. M, N, O, S und so weiter. Wenn man hier aus dem Stellwerk hier rausgeht, dann landet man erstmal hier. Das ist leider ein bisschen unschön. Wenn man dann aber nach vorne geht, ist man wieder oben. Gut. Dann schauen wir uns mal den Haltepunkt an. Der ist hier hinten. Hallo, bitte nicht stehen bleiben. Gehen wir mal kurz rein. Da haben wir hier Reciboru Kutnowski. Habe ich garantiert richtig ausgesprochen. Klein, aber fein. Dieser Bahnübergang da hinten ist über SSP gesteuert aus dem Stellwerk FL. Also falls ihr da mal eine Stellung habt, müsst ihr da in FL reingehen und gucken. Die ganze Strecke hier hat ein V-Max von 100. Ist auch eine echte Strecke. Florek ist ungefähr sieben Kilometer entfernt vom Startbahnhof Kutnowski. Genau. War das. Ist auf dem Bild, was ihr jetzt da unten seht, auf der linken Seite. So, gehen wir mal FL1 rein. Kurz laden lassen. Das ist Stellwerk FL1. Da haben wir die Semaphorsignale. Und da vom Stellwerk aus gesehen, das ganz rechte, ist Signal D. Dann ist es E, F und G. So. Hier das gleiche Spiel. Hier haben wir natürlich die Ebel für die einzelnen Signale. Und das Einfahrsignal A. Je nachdem dann abzweigen oder nicht, wo ihr halt den Zug hinschickt. Hier könnt ihr dann auch noch die Lichter hier ein- und ausmachen. Hier hat man noch einen Auszuggleis hier. Theoretisch. Das ist aber nicht mehr in Benutzung. Gehen wir ganz kurz raus hier. Entsprechend die Tafel da. Da haben wir hier auch noch unseren TZ1. Aber auch nicht mehr in Benutzung. Und unser Stellwerk FL1. Überschaubar. Da geht es auch wieder raus. Und das gleiche Spiel auf dieser Seite. Alles mit Handweichen. Aber immerhin sehen wir Vorsignale. Ich bin in dem Stellwerk schon einmal drin gewesen. Habe zwei, drei Züge durchgelassen. Es ist jetzt nicht wahnsinnig schwer hier drin. Die meiste Zeit fahren die Züge hier auf dem Gleis hier. Das ist Gleis 1. Das da hier ist Gleis 2. Das ist Gleis 3. Und Gleis 5. Das da unten ist eigentlich nicht mehr in Verwendung. Das ist aber ein Span-Gleis. Wir haben theoretisch hier zwei Spans. Und zwar einmal beim Signal G. Und einmal beim Signal O. O ist gerade da unten. Und G ist hier das Signal. Dann könnt ihr da hier rausfahren. Also wenn ihr da Züge reinschickt, dann schaut, dass die Spans hier nicht offen sind. Nicht, dass ihr da eine kleine Kollision habt. Und ihr macht einfach nur einen auf. Beziehungsweise, kleiner Tipp an der Stelle. Macht immer die Span-Richtung auf, wo ihr dann im Fahrplan gerade seht. Und wenn da jetzt jemand reinkommt, dann hat es da einen Zeitrufer. Die können da ganz gut rausfahren. Ja, ansonsten eben eingleise ich immer schön auf der nächsten Partnerseite fragen, ob ihr ihn so geschicken dürft. Hier gibt es eigentlich nichts zu beachten. Außer halt, ja, hier könnt ihr halt Überholungen machen. Und natürlich schauen, dass der Bahnübergang da hinten auch richtig funktioniert. Ja, seitens KZ, also auf die linke Seite raus, also hinter uns, jetzt von unserer Blickrichtung, haben wir eine Streckenlänge von 1150 Meter. Und auf Seiten SK, also daraus, sind es 3900 Meter. Ja, Span-Länge bei THW 1 sind 580 Meter und bei THW 2 sind es 600 Meter. Und ich würde sagen, wir werden uns jetzt selber mal Ausfahrt geben. Jetzt müssen wir uns mal vorbereiten. Dazu muss ich mal in FL hier reingehen. Und wir möchten die Ausfahrt von M machen. Nach SK. Oh, passt. Ausfahrt. Und dann werden wir hier mal mit unserem Lokzuck hier losfahren. Und bei der Einfahrt muss ich wieder aufpassen. Und dann muss ich wieder die Einfahrt machen. Und dann schauen wir uns hier mal die Strecke an. Okay, kleiner Cut hier in die ET 22. So, da wären wir in der ET. Schauen wir mal kurz den Saft hier an. Und dann fahren wir hier mal in Richtung SK raus. Mal schauen, was die Landschaft so hergibt. Jetzt machen wir mal die Außenansicht. Müssen wir hier unbedingt mal die Scheiben putzen. Und dann auf dem anderen Monitor habe ich gerade die FTL an sich standen. Ich hoffe, ich kriege das da schon sauber hinten an. Mit der Einfahrt bitte. Ansonsten sei es zu entschuldigen, wenn ich da mal über Rot drüber tonne. So, ein bisschen mehr schon mal geht's. Da bauen sie dann Ski enden. Da ist das Einfahrsignal. So, da, da. Warte, war gar nicht meins. Ja, der ist jetzt aber nicht so schön gemacht. Das habe ich schon schöner gesehen. Ja, ja, ich weiss. Ja, da hat er auch wieder recht viel Grün hier genutzt. Nicht so schlecht. Ich werde mal kurz nachschauen wegen den Längeln. Ja, SK 3900 Meter. Passt schon, das ist nicht die lange Seite. Und die Ankündigung für den Haltepunkt. Wo so Regio-Züge oder ähnliches stehen bleiben. Ja, so sehe ich. Also mit 100 durchrauschen. Gibt noch ein Hallig-Gebäude aus. Gibt noch ein Hallig-Gebäude aus. Nächster Bahn übergangen. Schön zu, so muss das sein. Bauen wir uns an Bärroden. Heute ohne Halt. Perfekt. Sehr, ich mache mal ein bisschen Piano. Und wenn ich bei der kurzen Seite reinkomme, dann muss ich gegenwärts schnell stehen bleiben. Warte. Da hat er sich schon Mühe gegeben. Performance passt da hoch. Putzt da ganz Deko. Ja gut, da habe ich es gesagt. Und da fängt es an zu stoppen. Ja, wir kommen die kurze Seite rein. Mal schauen, ob ich da durch ein Multitasking machen kann. Ja, Einfahrt. Ah, ich glaube, das kriege ich jetzt so schnell nicht hin. Ah, muss ich schnell die Weichen kontrollieren. Okay. Und doch. Auch ein Cooler hier. Mal ein bisschen Rollen. Na, vielleicht kriege ich es doch hin. Ach, nee. Ja, wir müssen dann mal ganz kurz aussteigen. Was ist das Crossing? War interessant. Kollege, warum bist du doof? Aha. Töööö. Übelt jeder da vorne. Hm, aber dass da eine Bahnübergang jetzt hier offen ist, das finde ich jetzt interessant. Komm, noch ein bisschen weiter vorne. Da muss ich nicht so weit laufen. Gut. Ja, wir müssen bremsen. So, wir werden da. Ich würde sagen, wir wechseln mal ganz kurz in die FTL-Ansicht. Das mache ich mal kurz die Lok aus. Das ist ein bisschen laut. Also, kleiner Cut. So, da wären wir als FTL wieder da. Unser Zug steht da hinten. Ich habe nochmal ganz kurz nachgesehen. Das ist ein Bahnübergang. Da hinten ist auch über das SSP gesteuert. Vermutlich ist es ein bisschen unglücklich gewesen, dass wir einfach so aus dem Nichts aufgetaucht sind, warum er nicht zugewiesen ist. Das ist noch eine Vermutung. Okay, ich möchte unseren Kollegen hier auf das Gleis 5 hier runterschicken. Und ohne, dass ich mir die Bank hier angucke, brauche ich ja nur hergehen und mir die Weichen hier angucken. Und es entsprechend umlegen. So, das ist falsch. Wir fahren mal da runter. Und die Weiche hier auch. Und dann sollte das auch schon passen. Mehr soll es eigentlich nicht brauchen. Gehen wir mal kurz rein in den FL1. Das wäre dann einfach Signal A auf die 5. Zettel A. Spiegel 2 RB. 2 CD und 1. Okay. Und. A auf die 5. Nicht unheimlich jetzt da, dass es kein Klackern hört. Ah doch. Da hört es sich. Und wir haben Einfahrt. Okay. Zurück zur Lok. So schnell geht es. Da sind wir wieder den Lok. Also. Rein in den Bahnhof. Ja, wir haben auch wieder zu viel Gas hier. Wollen wir doch nicht durchdrehen. Das ist halt einfach die schützte Form von Signalen. Nicht schöneres als Formsignale. Und einmal mit 14. ich da rein. So. Moin, anderer ist ich. Wir werden sogar ausgestattet da mit dem Feature, dass man da hinten den Plan reinmachen könnte. Ja, wunderbar. Gut, hier im Bahnhof selber gibt es jetzt nicht wahnsinnig viel zu sehen. Ich meine, das ist halt Ausweiche hier. Mit halt dem ehemaligen Bahnsteig da vorne, hier die Schotterpiste, bisschen Holzgedöns, das war's. Den ersten Bahnhof, den ich euch ja gezeigt habe, den, glaube ich, kann man ganz gut nebenbei machen. Oder als Anfänger mal üben da drin, was mit SWK. Den Bahnhof nebenbei machen ist ein bisschen schwierig. Weil er doch ein bisschen rumlaufen muss, den ganzen Weichen umlegen. Solltest. Außer da machst du es vielleicht zu zweit, geht ja auch. Dann sag ich, okay, ein Blutsch, der macht die Weichen für dich. Auch wenn derjenige dann ganz schön hin und her laufen muss. Aber, möglich ist alles. Ja, ich denke mal, hier wird nicht allzu viel Traffic sein. Ich hab's jetzt in der Session, wo ich jetzt mit der unterwegs gewesen bin, nicht sehr viel Traffic gehabt. Da waren so in der Stunde vielleicht drei, vier Züge. Das war aber auch am Nachmittag. Ansonsten, ja, gefällt's mir. Ja, also, ja, ich hätte gern noch den Plan in High Definition, dass man das auch mal ein bisschen reinzoomen kann. Plan B ist natürlich den Plan einfach auswendig lernen. Und der ist ein bisschen unschön, dass man hier unten rauskommt. Sowie, dass der Plan hier drin sichtbar ist. Das sind so meine Kritikpunkte. Ansonsten ist, glaube ich, ganz gut Kühlungen. Favorit von beiden Stationen ist aber definitiv die erste, die ich euch gezeigt habe. Ich hoffe, dass es euch gefallen. Wenn ihr wollt, probiert es mal aus. Sie sind öffentlich verfügbar. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch eine gute Fahrt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann. Euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.